Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Video. Heute zeige ich euch, wie man Billardtische bauen kann und zwar haben wir hier insgesamt vier verschiedene Designs und ich würde sagen, ich fange direkt mal an mit dem Zeigen. Das erste Design, was wir hier haben, ist von der Größe her denke ich so am realistischen, sage ich mal. Und zwar haben wir hier eigentlich einen ganz normalen Billardtisch ohne Löcher allerdings mit zwei Schlägern und das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Man kann die Schläger auch so anordnen, dass sie so schief sind zum Beispiel, das habe ich jetzt hier nicht, hier sind sie gerade, aber ihr könntet sie eben zum Beispiel auch schief machen, beziehungsweise hier in diesem Fall nur einen Block groß, aber ich finde zwei Block lang quasi sind die Schläger ein bisschen besser aus. Also dann haben wir hier dieses Design, auch wieder mit einem Schläger und natürlich auch wieder mit dem grünen Feld und hier haben wir in den Ecken sogar die Löcher, wo quasi die Kugeln in reingeschossen werden können, beziehungsweise sind das auch gleichzeitig so Tischbeine quasi aus Trichtern eben. Sieht auch ganz cool aus, aber insgesamt finde ich glaube ich dieses Design hier am coolsten, das große Design, das ist natürlich so vom Maßstab her nicht so richtig ein normaler Billardtisch quasi, aber es sieht halt einfach am besten aus. Wir haben hier den Rand, wir haben die Löcher in den Ecken, beziehungsweise in der Mitte, wir haben hier auch die Schläger und das grüne Feld und den hier drumherum noch Schilder, das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Und was wir dann noch hier haben, ist so eine Mischung aus den Designs, die wir schon kennen, wir haben hier in den Ecken wieder die Trichter, beziehungsweise die Löcher quasi und auch wieder ein Schläger in der Mitte und drumherum Halltüren. So und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem kleinsten Design an und ich zeige euch, wie man das baut. Das einzige, was ihr dafür braucht, sind ein paar Falltüren, dann braucht ihr noch Schilder, das werden dann später die Schläger und ihr braucht einen grünen Teppich, das wird dann das Feld, beziehungsweise wenn ihr natürlich eine andere Feldfarbe haben wollt, könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen. So und wir machen das jetzt wie hier das Design mit den zwei Langschlägern, ansonsten könnt ihr es auch so bauen und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So, platziert ihr einfach zwei Schilder nebeneinander, so und dann hier nochmal und hier und platziert dann hier zweimal Teppichchen, hier auch zweimal Teppich und dann platziert ihr auf die Schilder rauf auch nochmal Teppich, dafür müsst ihr Shift drücken. Dann könnt ihr sie da drauf platzieren. So, dann haben wir schon mal das Feld fertig und dann platzieren wir außenrum nochmal die Falltüren und schon ist der Bildertisch eigentlich fertig. So, wenn ihr jetzt solche Schläger hier haben wollt, dann geht das auch ganz einfach und zwar macht ihr dafür einfach die Schilder nochmal weg und platziert dann einfach das Schild so seitlich oder diagonal, was auch immer und habt dann eben so einen kleinen Schläger. So, für das große Design hier, oder für das mittelgroße Design, sage ich mal, braucht ihr den Trichter anstatt von nur Teppichen quasi. Die Trichter platziert ihr eben so, wie ihr sie haben möchtet, beziehungsweise so, wie sie halt beim Billard auch sind und zwar so. Dann überlegt ihr euch, wo der Schläger hin soll, ich habe ihn jetzt mal in die Mitte gemacht, also hier hin und dann habe ich hier am Rand quasi immer noch Halbsteine, dafür müsst ihr mit Rechtsklick und Shift gegen die Trichter klicken. Dann könnt ihr die so platzieren, so und dann platziert ihr hier in der Mitte nochmal einen grünen Teppich und jetzt platziert ihr überall wieder einen grünen Teppich rauf, außer auf die Trichter. So, zack, dann habt ihr dieses Design auch, beziehungsweise wenn ihr das Design von hier vorne haben möchtet, dieses hier, dann macht ihr hier auch nochmal die Falltüren drumherum. So, das erspare ich euch jetzt mal und jetzt kommen wir noch zu dem ganz großen Design, das ich finde, ja, am besten aussieht auf jeden Fall. Und zwar benutzen wir hier viel Schilder, benutzen außerdem noch dunkles Holz, beziehungsweise Dispenser für die Löcher und natürlich auch wieder Teppich und Schilder, also die hellen Schilder. Ja, beziehungsweise ihr könnt natürlich auch jede Schilderfarbe nehmen, aber ich fand die hellen, ja, machen am meisten her quasi. Und was wir jetzt als erstes machen, ist quasi die Umrandung. Dafür platzieren wir einen Dispenser so nach oben, dass das Loch nach oben guckt, machen dann drei Blöcke dunkles Holz, machen dann wieder einen Dispenser hier hin, dann machen wir hier jeweils zwei Blöcke, dann nochmal einen Dispenser, der nach oben guckt. Nochmal zwei Blöcke, wieder Dispenser, dann hier drei und nochmal Dispenser. Und außenrum machen wir jetzt Schilder, dafür müsst ihr einfach, wenn ihr mit dem Dispenser seid, auch wieder Shift und Rechtsklick machen, ansonsten würdet ihr in das Dispenser-Menü quasi kommen. Und dann könnt ihr das hier, oh, ne, ohne A natürlich, könnt ihr die jetzt einmal drumherum machen, beziehungsweise ich habe dafür natürlich die dunkleren Schilder genommen, weil das natürlich ein bisschen besser zu dem Farbschema quasi passt. So, ich mache das jetzt mal, nur damit ihr seht, wie ich meine, mache ich das mal auf einer Seite. Ihr müsstet das jetzt natürlich einmal drumherum machen und dann überlegt ihr euch wieder, wo die Schläger hin sollen. In meinem Fall mache ich sie jetzt wieder hier hin und dahin. So, dann füllt ihr den Rest mit Teppich aus und platziert auf den Teppich jeweils nochmal einen Teppich. Und dann platziert ihr natürlich wieder auf die Schilderteppich mit Shift und Rechtsklick. Und dann habt ihr auch diesen Billiertisch nachgebaut. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen und ihr könnt einen coolen Billiertisch vielleicht in euer Haus bauen. Und wenn ihr bis hier geschaut habt, schreibt mal Hashtag Billiert in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Designs. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.